Mit dem KI-Tool SciSpace können wir uns die Inhalte von Publikationen erklären lassen und durcharbeiten. Dadurch erhalten wir ein vertieftes Verständnis für den jeweiligen Sachverhalt. Die PDF, die wir bearbeiten wollen, laden wir dafür einfach von unserem Gerät aus über die Upload-Funktion hoch. Der Text wird von SciSpace erkannt und kann mit konkreten Fragen durchforstet oder anhand von zwölf standardisierten Aufgaben bearbeitet werden. So können wir uns hier beispielsweise die Methoden des Papers zusammenfassen lassen. Auf die entsprechenden Antworten sind immer auch Follow-up-Fragen möglich. Es können auch punktuell Textpassagen markiert werden. Hierfür stehen dann die Funktionen Summarize, Explain Text und Related Papers zur Verfügung. Es ist also auch möglich, nur bestimmte Abschnitte detaillierter unter die Lupe zu nehmen. Alle Antworten basieren ausschließlich auf den jeweiligen Texten. Dennoch sollten die Antworten durch das Lesen der Texte kontrolliert werden. SciSpace ermöglicht uns einen einfachen Zugang zu wissenschaftlichen Texten. Gerade für Einsteigende in das jeweilige Fachgebiet stellt das Tool eine Bereicherung dar. Strukturiertes Arbeiten mit wissenschaftlichen Texten kann so einfach geübt werden.